Du willst endlich Menschen im öffentlichen Leben für dein Business ansprechen? Du brauchst einen Leitfaden? Ich zeig dir wie. Hallo kurze Frage, bist du zufällig aus München oder Umgebung? Nein, natürlich nicht du, aber genau das ist der perfekte Einstieg für den Direktkontakt und vermutlich hast du auch schon mal die eine oder andere Situation erlebt oder wurde es vielleicht auch schon mal im öffentlichen Leben angesprochen und die meisten gehen immer nach der sogenannten Aura-Methode vor, wenn sie jemanden im öffentlichen Leben ansprechen. Also ich sage immer anhauen, umhauen, reinhauen, abhauen und du sollst ja vielmehr im positiven Sinne bei deinem Gegenüber im Kopf mietfrei wohnen bleiben und wie kannst du jetzt perfekt den Leitfaden im öffentlichen Leben anwenden, dass du wirklich auch ein gutes Gefühl dabei hast und vor allem jede Menge Spaß. Hallo kurze Frage, bist du zufällig aus München oder Umgebung? Das war wie gesagt der Einstieg und nachdem du das gesagt hast, bleibt in 80% der Fälle dein Gegenüber auch wahrhaftig stehen und das ist genau das coole daran. Und wenn der jetzt stehen bleibt, dann kannst du direkt weitermachen, dass du zu deinem Gegenüber sagst, ich weiß, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, so direkt auf der Straße angesprochen zu werden, aber ich hätte mir wahrscheinlich heute Abend den Arsch gebissen, wenn ich sie nicht angesprochen hätte. Oder ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, so direkt auf der Straße angesprochen zu werden, aber ich muss sie jetzt einfach mal kurz ansprechen, weil sie sind echt so eine charismatische Granate bzw. sie haben echt ein cooles Outfit, sie haben tolles Erscheinungsbild und da muss ich sie einfach mal kurz ansprechen. Das heißt, du hast hier direkt mit einem Kompliment bist du in die ganze Sache eingestiegen und hast deinem Gegenüber schon mal ein richtig gutes Gefühl gegeben, ohne dass er jetzt den Eindruck hat, wieso werde ich jetzt hier einfach von der Seite irgendwie blöd angequatscht. Es geht auch immer im Direktkontakt darum, dass du wirklich dich hochwertig verkaufst und natürlich das Ganze auch mit Stil und Niveau verpackst. Und nachdem du das ganz einfach dann von dir gegeben hast, fährst du weiter fort, indem du zu deinem Gegenüber zum Beispiel sagst, der Punkt ist ganz einfach der, wir haben die ganze Woche hier ein Personal-Casting bzw. ein Karriere-Casting gemacht und haben eben Leute angesprochen von deinem Format oder von ihrem Format, die vom äußerlichen was hermachen, die einen coolen Style haben und wie gesagt, da musste ich sie einfach mal kurz ansprechen. Nachdem du das gesagt hast, kannst du zu deinem Gegenüber dann sagen, als optimalen Überleitungssatz, du sagst zu deinem Gegenüber zum Beispiel, sagen sie mal, was macht denn jemand wie sie beruflich? Und nachdem er dir das dann gesagt hat, es gibt immer die Auswahl, entweder sagt zu dir, er ist Student oder er ist Angestellt bzw. er ist selbstständig oder Unternehmer. Und nachdem er dir das dann gesagt hat, er ist Student, Angestellt, selbstständig oder Unternehmer, tust du je nachdem den Leitfaden darauf anpassen. Das heißt, ich bringe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Schau, wenn du heute jemand ansprichst, der Student ist und so ihm zum Beispiel sagst, möchtest du 10.000 Euro nebenbei verdienen? Ganz ehrlich, dann würde er vermutlich zu dir sagen, das ist für mich gar nicht greifbar, was jetzt nicht abwertend klingen soll. Genauso wie wenn du zu einem Unternehmer sagst, hey, hast du vielleicht Lust, 400 Euro nebenbei bei mir zu verdienen? Dann sagt er sich, hey, du kannst bei mir anfangen, ich suche gerade sowieso noch jemand, aber das ist für mich kein seriöses Business. Das heißt, hier ist es umso wichtiger, dass der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist wirklich extremst wichtig. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden ansprichst und er sagt zu dir, er ist Student, dann sagst du zum Beispiel zu deinem Gegenüber, hey, das ist ja super, du sollst dein Studium beibehalten, aber unabhängig davon, dass du ja dein Studium gerade machst, bist du denn grundsätzlich offen, Erfahrungen mal in der freien Marktwirtschaft zu sammeln. Du fragst den Gegenüber ganz bewusst, der studiert, egal ob BWL oder Jura, hey, er soll es nicht aufgeben, aber ist er denn grundsätzlich offen, mal Erfahrungen in der freien Marktwirtschaft zu sammeln? Das machst du ganz locker, Salon, so aus dem Ärmel heraus, ja, du nicht irgendwie steif dastehen und sagen, hey, sag mal, also studieren ist ja schon toll und bist du vielleicht offen, sondern ganz locker sagst, hey, Studium ist sehr cool, das heißt, du machst schon was aus deinem Leben, bist du denn grundsätzlich offen, vielleicht einfach Erfahrungen in der freien Marktwirtschaft zu sammeln. Dann ist der andere Punkt, er sagt zum Beispiel zu dir, er ist angestellt. So, und wenn er zum Beispiel zu dir sagt, er ist Banker, ja, du kannst ruhig reinfangen, ja, okay, hey, das ist sehr cool und was machst du denn da genau? Ja, ich bin Banker. Dann kannst du sagen, okay, bist du da auf irgendwas spezialisiert? Das heißt, interessier dich ruhig für die Leute, nicht einfach nur herzugehen und blub zu sagen, Banker, okay, das ist ja ein schwerer Beruf oder das ist ja ein sehr anspruchsvoller Beruf oder das ist ja ein Beruf, der ausstirbt. Nein, das sollst du natürlich nicht machen, sondern du gehst ganz einfach her und du sagst zu deinem Gegenüber, Banker, hey, das ist ja super, das heißt, bist du da auf irgendwas spezialisiert? Und du wirst auch hier schnell merken, dass sich die meisten Menschen, jetzt kommt genau das Verrückte, die meisten Menschen, die verkaufen sich unter Wert. Die sagen dann meist, nee, ich bin nur ein normaler Banker oder nee, ich bin nur ein normaler Physiotherapeut und ich denke mir dann so immer, why? Wieso verkaufst du dich nicht hochwertig? Aber weil es wir Menschen nicht gelernt haben, gehen wir oft her und tut uns selber in eine Schublade ablegen. Das heißt, wenn du ihn jetzt fragst, hey, was machst du beruflich? Nochmal. Und er sagt zu dir, er ist Banker. Sagst du, hey, das ist ja super, bist du da auf irgendwas spezialisiert? Oder sagt er meist zu dir, nee, ich bin nur Banker. Sagst du, hey, das ist ja cool. Das heißt, du stehst schon mit beiden Beinen fest im Leben, aber unabhängig davon, dass du ja schon mit beiden Beinen fest im Leben stehst, bist du doch bestimmt ein Mensch, der immer offen ist für was Neues, wenn es was wirklich Gutes ist, oder? Und da wirst du auch relativ schnell merken, nachdem du das ausgesendet hast, du wächst bei ihm einen Impuls. In dem Moment denkt er sich nämlich, ja, ich stehe schon mit beiden Beinen schon fest im Leben, aber eigentlich bin ich ja schon offen für was Neues, wenn es was wirklich Gutes ist. Er weiß es vielleicht noch nicht, um was es geht, aber er ist offen für was Neues. Und nachdem du das anwendest, bei einem Angestellten wirst du auch hier sehen, nicht einfach nur zu sagen, hey, sag mal, möchtest du dir mal was Neues anhören oder bist du offen für was Neues, sondern ruhig mal sagen, hey, das ist ja super, stehst schon mit beiden Beinen fest im Leben, aber bist du denn grundsätzlich offen, dir mal was Neues anzuhören, wenn es was wirklich Gutes ist? Also du gehst schon davon aus, dass es was wirklich Gutes ist. Jetzt ist dein Gegenüber zum Beispiel Unternehmer oder Selbstständiger völlig egal. Und jetzt kannst du bei dieser Zielgruppe musst du dir auch wieder klar machen, dass ja diese Menschen, und denk einfach mal daran, einfach mal drüber nachdenken, dass diese Leute ja nicht ohne Grund selbstständig oder Unternehmer geworden sind. Nämlich diese Personengruppe möchte meist ihre Vision ausleben oder die möchten was Neues erschaffen. Das sind Querdenker, Freigeister, Andersdenker. Deswegen bei so einer Personengruppe, wenn du da nachfragst, ruhig mal nachfragen, okay, das ist ja cool. Seit wann machen sie das schon? Auf was sind sie genau spezialisiert? Und vor allem haben sie das noch vor, das länger zu machen? Ja, also man kann auch ruhig mal ein bisschen provokanter fragen, je nachdem, wie sehr du dir das Ganze auch, ja, von selbst zutraust. Und wenn du da aber ein bisschen lockerer reingehen möchtest und vielleicht noch nicht so sicher bist, dann kannst du ruhig auch sagen, hey, Unternehmer, Selbstständig, das ist ja super. Was machen sie genau? Zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, er ist in der Baubranche tätig. Dann sagst du, hey, das ist ja super, ist ja auch ein Bereich, der unglaublich viel gefragt ist. Unabhängig davon, dass sie in der Baubranche tätig sind, könnten sie sich vorstellen, ohne jetzt ihren Job aufzugeben, ihre Fähigkeiten gewinnbringend auch in einer anderen Branche mal einzusetzen. Also die Fähigkeiten gewinnbringend in einer anderen Branche einzusetzen, ist auch wieder so sexy, dass dein Gegenüber sich denkt, das ist ja cool, der will mir jetzt nicht irgendwas andrehen, sondern vielmehr, ich könnte ja meine Fähigkeiten gewinnbringend tatsächlich in einer anderen Branche einsetzen. Und jetzt, und jetzt kommt genau die Frage, die du kennst. Nämlich, dein Gegenüber sagt zu dir, um was geht's? Der Klassiker, um was geht's? Ganz ehrlich, wer hat diese Frage noch nie gehört? Natürlich jeder schon, der im Verkauf tätig ist oder sich einfach viel mit Menschen unterhält. Da kommt immer der Klassiker, um was geht's? So. Und nachdem du das gehört hast, kannst du, und jetzt bringe ich dir echt einen coolen Move, den du einbringen kannst, das ist für mich immer ein sogenannter Game Changer, wenn ich in diesem Game drin bin auf der Straße. Um was geht's? Was ich immer dann ganz gern sag, ist folgendes, es geht um den Bereich Waffen, Drogenhandel und Prostitution. Und es läuft wie die Sau jeden Monat 300% Umsatzsteigerung. Und ich weiß, ja, ich weiß, wenn du das jetzt vielleicht so hörst und so siehst, dann denkst du dir wahrscheinlich, ey, was ist das für ein Psychopath oder was ist das, dieser Harry Potter für Arme hier vor der Kamera? Nein, du musst dir einfach klar machen, wenn du einen Impuls auslöst bei deinem Gegenüber, einen sogenannten Icebreaker, dass er sich so denkt, hey, der nimmt sich selber nicht zu ernst, dann wirkst du viel sympathischer auf deinen Gegenüber. Weil die meisten, die sind immer so streng auf der Straße und so richtig steif, ich sag immer wie so ein Treppenterrier und versuchen dann einfach zu sagen, ja, wir machen das und das und das und das und das. Sei da ruhig ein bisschen lockerer. Also du kannst ruhig diesen Witz einbringen, dass du sagst, es geht um den Bereich Waffen, Drogenhandel, Prostitution, läuft richtig gut, jeden Monat 300% Umsatzsteigerung. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich hab schon so viele Kontakte gemacht die letzten Jahre und da gab's Leute, die immer wieder zu mir gesagt haben, in 70% der Fälle, hey, das klingt gut. Da hände ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, also das ist total lustig eigentlich. Aber wenn du jetzt sagst, hey, das ist mir doch ein bisschen zu strange, das möchte ich vielleicht am Anfang noch nicht machen, kannst du auch, nachdem die Frage gefallen ist, um was geht's, sagst du ganz einfach, hey, Punkt ist ganz einfach der. Und da möchte ich dir kurz drei Beispiele bringen. Erstes Beispiel, du bist zum Beispiel selbst im Bereich Beauty und Lifestyle oder Wellness und Lifestyle tätig oder Nahausergänzung. Da sagst du deinem Gegenüber, ich bin Unternehmerin oder Unternehmer im Bereich Wellness und Lifestyle oder Beauty und Lifestyle, bin stark am expandieren hier in der Gegend und wir haben drei Bereiche. Einmal den Bereich Marketing, einmal den Bereich Vertrieb und der dritte Bereich ist Kommunikationsmanagement. Du kannst auch sagen, Vertrieb, Marketing, Verkauf. Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, Vertrieb, Marketing und Kommunikationsmanagement macht sich extrem gut. Gehen wir es mal so an. Jetzt bist du zum Beispiel im Bereich Finanzen tätig. Okay? Nehmen wir einfach mal das Thema Finanzen. Du bist im Bereich Financial Planning tätig. Und du merkst auch hier, wenn ich schon das aussende, Financial Planning klingt schon wieder ganz anders als andere da draußen. Du kannst wohl sagen, ja, ich verkaufe Versicherungen oder ich mache ja irgendwelche Bausparverträge oder Investments. Du kannst aber auch sagen, ich bin Unternehmer im Bereich Financial Planning und bin stark am expandieren hier in der Gegend. und ja, ich suche speziell noch Leute gerade für den Bereich Vertrieb, Marketing und Kommunikation. Was jetzt genau zu dir passt, wo deine Stärken sind, kann ich nicht sagen. Wir kennen uns ja gerade mal seit zwei Minuten. Aber was ich dir definitiv anbieten kann, jedes Gespräch mit mir bedeutet für dich kein Stillstand. Okay? So, und du merkst auch wieder hier, wenn ich das aussende, jedes Gespräch mit mir bedeutet für dich kein Stillstand, ist schon wieder anders als andere da draußen und bleibt definitiv im Kopf. Jetzt sagt dein Gegenüber zu dir, ja, das klingt schon alles gut, aber nochmal die Frage, ja, um was geht es denn da genau? Du bist zum Beispiel im Bereich Kryptomarketing tätig oder irgendwelche Investment-Sachen, die du erfolgreich schon tätigst und möchtest da einfach noch mehr Leute für dich gewinnen. Dann kannst du zum Beispiel auch hergehen und kannst sagen, schau mal, stell dir mal folgende Situation vor. Du schmeißt oben ein Euro rein und bekommst unten drei Euro raus. Was würde das für dich bedeuten? Richtig, das wäre gut, oder? Und dann sagt jeder, ja, natürlich wäre das gut. Schau mal, genau das machen wir auch. Das heißt, wir haben moderne Strategien entwickelt. Ich sage immer die Wachstumslokomotive des 21. Jahrhunderts. Und wie das ganz genau abläuft, würde ich dir einfach mal kurz in einem Gespräch erläutern. Da haben wir drei Bereiche. Marketing, Vertrieb, Kommunikation. Und was jetzt zu dir passt, nochmal, wo deine Stärken sind, kann ich ja nicht sagen. Und dann kannst du hier einfach nochmal fortführen, indem du sagst, aber ich kann dir jetzt schon sagen, jedes Gespräch mit mir bedeutet für dich kein Stillstand. Ja, jetzt ist ja die berühmt berüchtigte Frage, okay, und wie kann ich denn jetzt wirklich die Nummer bekommen von dem Gegenüber? Indem du nicht einfach sagst, hey, darf ich mal deine Nummer bekommen? Nein, natürlich nicht, weil sonst denkt sich dein Gegenüber, du bist ja ein absoluter Bittsteller, sondern du machst es wirklich wieder mit Charme, mit einem gewissen Charme und mit einer gewissen Leichtigkeit. Indem du zu deinem Gegenüber einfach sagst, hey, lass uns doch einfach Folgendes machen. Wir tauschen uns einfach mal aus, unter uns zwei Gebetsschwestern, unter uns Machern. Ich zeig dir genau auf, was wir machen und wie wir es machen. Und danach entscheidest du, ob ich zu dir passe und ich entscheide, ob du zu uns passt. Klingt das fair? Ja, es klingt fair. Okay, so. Und wenn du das genauso machst, dann wirst du sehen, wie einfach das ganz, ja, ganz einfach auch für dich funktioniert. Und was vielleicht noch vorkommen könnte, nämlich dein Gegenüber sagt zu dir, hast du vielleicht eine Visitenkarte? Sagst du ab sofort, ja, logisch, 1,71 groß und 65 Kilo schwer, darfst du mich direkt mitnehmen. Oder dein Gegenüber sagt zu dir, sag mal, geht auch E-Mail, sagst du Logo, es geht auch WhatsApp und dann tippst du direkt die Nummer ein. Also das heißt, auch hier ruhig ein bisschen schlagfertiger zu sein und nicht einfach direkt aufzugeben. Das ist mein Tipp an dich und wenn du das befolgst, wirst du eines sehen, nämlich du wirst unglaublich viel Spaß haben beim Direktkontakt und denk immer dran, der schlechteste Kontakt ist der, den du nicht machst. Und wenn du dir vielleicht gerade denkst, okay, der Typ da vor der Kamera mit seiner Brille, der redet ja nur in der Theorie, dann schau doch einfach mal auf unseren YouTube-Channel unter der Rubrik Straßenfüchse und da siehst du alle Live-Beispiele aus der Praxis, für die Praxis, mit versteckter Kamera und ich sag dir eins, ist echt eine coole Nummer. Hey und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch, abonniere unseren Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video definitiv wieder.